Ja, also auch irgendwann reißt mir der Geduldsfaden. Bin nämlich ohne Scheiß. Gut, natürlich war ich auch mal im Nest. War seit gestern dran, die Sachen hochzuladen auf VK. Bitchute Odyssey. Es schmiert dauernd ab. Es gelingt nicht. Und so macht es natürlich dann auch überhaupt keinen Spaß, weil es eben Lebenszeit kostet. Die dann am Ende nichts bringt. Aber ich bin ja nur ein kleines Dummerchen. Das heißt, die Aktion jetzt mit dem Hochladen wird gecancelt. Aber ich kann euch ja den Link zur Predigt mit den Liedern einblenden. Und dann ist es ja letzten Endes wirklich egal, wo ihr euch die Predigt anschaut. Ich denke aber, ihr solltet sie anschauen. Und auch anhören natürlich. Natürlich.